Robusto fertigt Einzelteile für den Sondermaschinen, Werkzeug und Anlagenbau. Durchgängige Prozesse aus einer Hand, zügige Abwicklung und Qualität. Das schätzen die Kunden von Robusto. 25 spezialisierte Mitarbeiter produzieren schnell, flexibel und qualitativ hochwertig. Kontrolliert über digitale Messsysteme mit Dokumentationsprotokoll. Das Unternehmen verfügt über einen modernen Maschinenpark. 1200 Quadratmeter Produktionsfläche, viel Know-how sowie hochmotivierte Mitarbeiter. Robusto, Ihr Spezialist für Einzelteile.